So und wir machen weiter mit dem nächsten Kampf. K1 in der Klasse plus 95 Kilo. Der Kampf ist angesetzt auf drei Runden a zwei Minuten und er wird präsentiert durch Tattoo-Artist Konrad Böhm und Reproart. Am 1.06.2016 eröffnet Tattoo-Artist Konrad Böhm und Reproart in der Merseburger Straße 73 direkt neben McFit Sachsen-Anhalts größtes Tattoo-Studio mit drei Etagen und einer großen Dachterrasse zum Entspannen. Schaut selbst vorbei am 1.06.2016 und sichert euren Termin. Ich rufe als erstes in die blaue Ecke aus Leipzig Martin Rach! Na wer wird denn hier buhen? Sein Gegner rufe ich in die rote Ecke vom La Familia Fight Club hier in Halle. Christian Albi Albrecht! Ich darf Ihnen beide Kämpfer vorstellen. In der blauen Ecke, 27 Jahre alt, 1,88 Meter groß, gewogen mit 97,7 Kilogramm. Er wird betreut durch Tobias Badura. Bisher ein Kampf, ein Sieg. Von der Sportschule Badura in Leipzig Martin Rach! Sein Gegner in der roten Ecke, 30 Jahre alt, 1,82 Meter groß, auch er wurde gewogen mit 97,7 Kilogramm. Er wird betreut durch Philipp Müller, Ferenc Schmidt und Matthias Weber. Bisher ein Kampf, ein Sieg, denn dann beendete er vorzeitig durch Knockout vom La Familia Fight Club Halle, Christian Albi Albrecht! Christian Albrecht, der hier sein Comeback gibt nach 5 Jahren Ringabstinenz. Und mit Martin Rach aus der Sportschule Badura keinen einfachen Gegner hat, der ihn hier im Ring zurück willkommen heißen wird. Definitiv für den Christian aus Halle, nach 5 Jahren den Ringrost wieder abzustreifen, das ist eine ganz, ganz harte Sache. Und da Martin Rach, Sportschule Badura, wie du sagst, das wird ein harter Gegner. Tobias Badura, aber ihr Masten sehr bekannt. Ein ehemaliger Veteran und sehr, sehr guter Trainer, da sind wir gespannt, wie er seinen Schützling eingestellt hat. Albrecht war einst der Urgesteine hier. Riffal zur ersten Runde. Bei dem Rund von La Familia Fight Nights. Doch dann hat ihn das Leben eingeholt, hat er gesagt. Er hatte keine Zeit mehr zu trainieren. Sein bester Freund Philipp Müller, der ihn betreut, hat ihn zurückgeholt zum Training. Und jetzt legt er hier los wie die Feuerwehr. Sagt, er hat das Feuer zurückentdeckt. Jetzt wieder Feuer und Flamme für den Sport und landet hier, harte Bomben. Das war kein Niederschlag. Aber harter Treffer zum Körper. Trotzdem kommt mit der rechten oben drüber. Man sucht hier natürlich immer den Infight gegen einen großen Gegner. Albrecht will hier mit der Brechstange ein vorzeitiges Ende herbeiführen. Man muss aufpassen, dass er nicht zu viel Pulver verschießt. Direkt zu Beginn des Kampfes. Harte Cross kommt hier durch zum Kind von Rach. Starke Kombination im Infight natürlich sehr gefährlich. Muss natürlich, wie du sagst, aufpassen, dass er nicht das ganze Pulver verschießt. Erneut eine Rechte hier durchgekommen von Albrecht. Der Kampf angesetzt auf 3x2 Minuten, aber so lange will er hier gar nicht gehen. Er will einen vorzeitigen Sieg. Er will seinen Fans hier etwas bieten. Stellt Rach hier in der Ecke. Und ständig im Vorwärtsgang. Rach nutzt seine Reichweitenvorteile zu wenig. Fängt sich hier in der Fürhand. Und eine Rechte hinterher. Der Low Kick ist schön geblockt. Er hat jetzt hier der Low Kick festgehalten mit der rechten gekontert. Er ist natürlich stark im Training einstudiert. Aber Rach lässt sich hier nichts gefallen. Schliegt zurück. Landet jetzt selbst auf Treffer, aber Albrecht kennt weiterhin nur den Vorwärtsgang. Er versucht immer wieder mit der rechten, um drüber zu kommen wie den großen Gegner. Da muss der Leipziger aufpassen, dass er die linke Hand armkopf behält, wenn das Ding reinkracht. Ja, Rachs Deckung definitiv zu tief. Ein Kampf, ein Sieg bisher in seiner Bilanz. Landet jetzt lange Hände. So muss er weitermachen hier, der Leipziger. Findet hier wieder die Distanz, ja. Und da muss der Hallenser aufpassen, dass er die Distanz schnell überbrückt. Das ist die erste Runde für Rüber. Runde für Christian Albrecht. Der hier bedingungslos nach vorn marschiert ist, aber schon schwer atmet hier in seiner Ecke. Wir sehen, es hat da viel Energie verbraucht in der ersten Runde. Und es wird sich zeigen, ob er dieses Tempo aufrechterhalten kann. Hat Rach natürlich überwältigt. Aber kann er das auch in der zweiten und dritten Runde schaffen? Es ist in der Lokomotive hier nach vorne gegangen und wir schauen, wie lange der Dampf fällt bei der Lokomotive. Wenn er natürlich den Druck aufrechterhalten kann, kann er den Kampf hier eindeutig für sich entscheiden. Und in der Gewichtsklasse ist natürlich auch jeder Schlag entscheidend. Da kann ein Ding alles entscheiden. Insbesondere bei einem wie Christian Albrecht, auch er hat bisher einen Kampf bestritten, diesen gewonnen und diesen durch K.O. auch gewonnen. Musste bislang noch nicht über die Zeit gehen. Und da aftet hier wirklich sehr, sehr schwer in seiner Ecke. Der Absicht dagegen kommt sehr, sehr frisch aus. Kannst kaum erwarten, dass die zweite Runde beginnt. Deswegen wird Albrecht hier natürlich den K.O. suchen zu Anfang. Wir freuen uns auf einen spannenden Kampf. Starker Lowkick. Mit der Führhand und der Rechten abgeschlossen hier. Beide mit dem Lowkick. Beide tauschen hier. Harte Hände aus und da landet ein rechter Haken von Albrecht. Aber er kassiert selber ein paar Hände. Rach lässt sich hier nichts gefallen. Und bei dem harten Schlagabtausch versucht hier ein Pushkick der Leipziger. So langsam trifft Rach hier immer mehr. Nutzt seine Distanz besser. Albrecht tut das einzig richtige Clinch hier. Ja, ganz clever gelöst. Ja, mit dem Schlagabtausch in die Luft wird das kurz anclinchen. Doch hier geht es weiter. Und da wackelt Albrecht. Und Rach kann den Kampf hier beenden. Bewegt sich zurück. Das kann ich nicht ganz verstehen. Sollte weiter mit langen Händen punkten. Trifft hier immer wieder die Deckung offen des Hallensers. Kommt jetzt immer besser den Kampf der Leipziger. Martin Rach hier mit klarem Treffer. Das sieht sehr gut aus. Hören wir hier aus der Ecke des Leipzigers Martin Rach. Und das sieht in der Tat sehr gut für ihn aus. Wenn er jetzt hier weitermachen kann. Weiter harte Hände landen kann. Schöne Treffer zum Körper. Aber der Hallenser bleibt gefährlich. Da kann jederzeit die Rechte oben drüber kommen. Das ist gefährlich, aber ist offen und atmet schwer. Ja, aber da ist die Rechte oben drüber. Nicht genug Power, um Schaden anzurichten, aber um Punkte zu machen. Das kann geschehen natürlich etwas von Lanzer nach dieser Anfangsrunde, nach diesem Anfangssprung. Wieder harte Treffer hier von Rach. Sollte das Comeback von Christian Albrecht hier nach fünf Jahren ein vorzeitiges und ein bitteres Ende nehmen. Wieder eine harte Rechte von Rach. Und da wackelt der Hallenser, aber er bleibt im Kamm. Zeigt hier Kämpferherz. Keine Ambitionen umzufallen. Vor heimischem Publikum. Ja, die Halle tobt hier. Feuert ihren Lokalmantatoren natürlich an. Aber Albrecht bewegt sich zurück. Der Leipziger hier landet hier auch immer auf die Linke. Unglaublich. Das war eine straffe Linke. Und wird hier angezählt, der Leipziger. Das könnte natürlich... Scheint hier unzufrieden, damit zu sein, angezählt zu werden. Aber er war ein klarer Wirkungstreffer. Ja, die Linke war lang. Er ist in die Linke langgeraufen. Richtig natürlich auch für Albrecht, der jetzt Zeit hat, sich in seiner Ecke da, in der neutralen Ecke ein wenig zu erholen. Mit dem Ansehen natürlich spannend, ja. Wie jetzt zu werten ist die erste Runde. Würde ich für Albrecht werten. Die zweite Runde durch das Anzählen. Ganz klar. Tobi Badura gibt seinem Schützling Martin Rach jetzt hier in der Rundepause den Tipp, Oberhands zu schlagen. Denn damit ist ja immer wieder durchgekommen, der Leipziger. Man sieht es auch in der Ecke von Christian Albrecht. Das linke Auge ist schon angeschwollen, zugeschwollen, muss man fast schon sagen. Er zeigt ja deutliche Sporen. Aber das ist wirklich das Kämpferherz, was ihn dann noch aufrecht hält, was ihn weitermachen lässt. Was sagt, nein, du gibst hier vor heimischem Publikum nicht auf. Wer weiß, ein anderer Sportler hätte hier an der Stelle vielleicht schon gesagt, ich kann nicht mehr, Coach. Aber da gibt es keine Alternative für Christian Albrecht außerhalb. Er hat die Runde hier im Prinzip schon abgegeben, konnte mit dieser knackigen linken, aber das Ding nochmal drehen. Sehr gezaugt, Betreuer wieder aus dem Ring. Deswegen bei der Gewichtsklasse hier kann wirklich alles passieren. Ein Schlag kann hier das Geschehen nochmal wenden. Und Rückfall zur dritten und letzte Runde. Round 3. Und jetzt Ringkreis zur dritten und letzten Runde. Albrecht marschiert nach vorn mit dem Lockheer, aber fängt sich wieder eine rechte von Rach. Ja, hier starkes Boxen zeigt. Ja, die Luke gut auskontert. Aber Rach nimmt auch immer wieder die rechte des Hallensers. Beide Kämpfer stecken eine harte Treffe ein. Der Rach, der jetzt wieder die Distanz findet, jetzt auf Distanz kämpft. Das ist natürlich das, was er machen muss als größerer Mann. Aber Albrecht denkt ja nicht ans Aufgeben und hält dagegen. Immer wieder der Versuch, die rechte um drüber zu bringen. Knie von Rach trifft zum Körper von Albrecht. Das kostet noch mehr Luft. Definitiv, findet ja die Distanz auch mit dem Knie. Das ist natürlich gefährlich und der größere Mann mit dem Knie einschlägt. Hier auch mit dem Low-Kicks durchkommt. Lange Führer von Albrecht kommt durch zum Kopf von Rach. Auch Rach wird nun langsamer, ein Stück weniger, aber trifft immer wieder. Beide atmen hier ganz, ganz schwer. Albrecht hier nochmal mit dem Low-Kick hinterher. Starkes Kämpferherz, der hier wirklich nicht aufgibt. Beide Kämpfer geben hier nochmal alles. Was für einen Eisenschädel dieser Christian Albrecht haben muss. Wieder eine Führhand von Rach, die trifft. Und Albrecht, der hier auch nach Treffer nicht zurücksteckt, sondern weitermacht. Und deswegen immer gefährlich bleibt, auch wenn Rach hier jetzt im Vorwärtsgang ist. Absolute Materialschlag hier zwischen diesen beiden Kämpfern. Die sich wirklich nichts checken in der Gewichtsklasse. Die hat konditionell beide jetzt sichtlich angeschlagen, aber beide noch auf den Beinen und beide bereit, bis zum Ende zu gehen. Die letzten zehn Sekunden. Hier nochmal Treffer von Albrecht, aber auch Rach kommt durch. Beide nochmal mit dem letzten Schlagabtausch hier mit offenem Visier. Die bessere Treffer, aber wiederum bei Rach. Die alle stehen hier geschlossen hinter dem Lokalmattador Christian Albrecht. Und da ist der Kampf vorüber. Beide Kämpfer liegen sich in den Armen wie ein Wunder, als nach so einer mitreißenden Schlacht hier. Da sind beide sichtlich am Ende ihrer Kräfte. Die haben wirklich nichts hinterm Berg gehalten. Beide haben hier wirklich alles gegeben. Starke Leistung, Hut ab vor beiden Kämpfern. War vielleicht nicht der schönste Kampf des Abends, aber sicher einer der mitreißendsten hier. Der Lokalmattador Christian Albrecht nach fünf Jahren so ein Ding abzuliefern. Auch erst mal nachmachen. Nach fünf Jahren hier wieder vor dieser großen Kulisse zu stehen. Vor heimischer Kulisse den Druck nicht zu verlieren. Und dann noch gegen so einen starken Leipziger. Sportschule Badürer. Starke Schule. Und hier liegen sich beide in den Armen. Das ist natürlich das, was wir sehen wollen. Sportlich faire Kämpfe. Die beiden checken sich nichts, aber liegen sich am Ende in den Armen. Das macht den Sport aus. Das offizielle Urteil. Dieser Kampf endet unentschieden. Das macht den Sport aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.